Wie viel kostet eigentlich ein Klonsoldat? Klone sind gute Kämpfer und Strategen auf dem Schlachtfeld und durch ihr logisches Denken den Kampfdroiden meist überlegen. Aber wie viel kostet eigentlich ein einziger Klon? Die Ausrüstung eines Klons. Zum Beispiel das Blastergewehr 1.000 Credits, eine Pistole 500 Credits, die Rüstung 4.000 Credits, 36.500 Credits Ernährung für 10 Jahre der Ausbildung, 91.000 Credits für die Unterkunft auf 10 Jahre berechnet, 14.000 für die Ausbilder und Techniker etc. Ein Klon würde, wenn wir alles zusammenrechnen, 150.000 Credits kosten. Zusammengefasst kann man sagen, dass Klone einfach verflixt teuer sind und wir können froh sein, dass sie auch gute Soldaten sind, die ihren Preis auf jeden Fall wert sind. Liken und abonnieren nicht vergessen und möge die Macht mit euch sein.